Concorde Scredo ist große und besonders luxuriöse Reisemobile zu bauen. Doch nun schrumpfen sie, wie beim jüngsten Spross, den Cava 791RL. Grundlage des speziellen, von Concorde gebauten Chassis ist der Iveco Deli 60C15. Die Kabine des Concorde besteht aus 4 cm starkem Aluminium-Sandwich mit RTM-Schaumisolierung. Die Rundsitzgruppe erlebt auch im Concorde eine Renaissance. Es entsteht der Eindruck von Großzügigkeit, einem riesigen Raumangebot und Gemütlichkeit. Und das auch im kleineren, nur 8 Meter langen Cava. Die Rundsitzgruppe hier sitzt auf einem kleinen Podest. Wer hier Platz nehmen möchte, kann direkt links und rechts des Tisches auf die Sitzbänke hineinrutschen. Bildete beim Cava 898RL die Winkelküche eine Trennung zur Rundsitzgruppe, gibt es hier nur eine Küchenzeile auf der linken Seite, die etwas kleiner ausgefallen ist. Dennoch gibt es genug Stauraum im Unterschrank mit den großen Ausziehschubladen. Das direkt dahinter angeordnete Raumbad ist allerdings deutlich geschrumpft. Rechts befindet sich die Toilette mit Waschtisch und einigen Staufächern darunter. Gegenüber die Dusche ebenfalls etwas kompakter. Dann kommen wir vorne in die Bugkabine. Natürlich kann der Raum auch hier dank der drehbaren Sitze mit Ausziehtischen als Arbeitszimmer genutzt werden. Immer mit Blick auf den zweiten Fernseher. Und im selben Raum das elektrisch gesteuerte Hubbett mit Längseinzelbetten. Größe 1,60 m x 2 m. genug Platz zum Kuscheln und zum Entspannen. Dank der Masse im fahrbereiten Zustand von 5 Tonnen haben die 2 bis 4 Reisenden eine Zuladung von 1000 kg zur Verfügung. Beim Grundpreis von 168.000 Euro bleibt es selten, zumal eine ganze Reihe sinnvoller Angebote auf die Kunden wartet. Ja, okay. Bis gleich.